So, alle fertig? Ja. Ja. Mhm. Ähm, das ist aber knapp vor meinen Füßen, der Strahl. Ja, aber es geht. Ja, oha, oha. Ja, der hat auch knapp vor meinen Füßen. Hä, du stößt 30 Meter da drin, ich stehe noch neben dir. Aber nicht außerhalb. Oleg? Hinter dir steh ich. Ja. Das will ich gar nicht wissen, was der jetzt schreibt. Geh weg. Dann hat er aber welche wieder kaputt oder so. Ja, jetzt habe ich denke, sich genau vor der Nase. Super, vor der Kamera. Du bist übrigens nackt. Ich weiß. Ich bin gerne nackt. Ich will es nicht wissen. Ich bin drauf, ich bin drauf. Ich ziehe mir jetzt mal Rüstung an, diesmal sofort. Besser ist das. Ich ziehe mir auch die gute Rüstung an. Hä, warum bin ich nicht dabei? Was, du bist nicht dabei? Ja. Ach komm. Nein. Autsch, gleich mal so auf das Rüstung. Aber. Was du sagst, warst du aber noch im Kreis gestanden? Ich stand neben dem Transmitter. Ja, bleib mal da, bleib mal da. Vielleicht bist du noch nachgereicht. Das war letztens noch auf das Rüstung. Ja, ich weiß es nicht, ne. Ich checke es einfach nicht, dieses Kackspiel, ne. Nein. Da kann ich mich gar nicht weit genug umdrehen, das ist da doof. Da hat ein Hyropod in der Tasche. Das ist nicht, ich habe es einfach weg, ne. Falschen. Warum es immer die Chora trifft, das check ich nicht, ne. Ich weiß es auch nicht. Das ist ein Kackspiel. Aber das sagt mir eigentlich nur eins, dass wir failen, ne. Das haben wir letztens auch nie gekriegt, dass ich vorher nicht dabei war. Auf geht's, hopp. Wir kriegen das hin. So. Ach, hier ist die Brücke. Das ist das Ding. Ja, das Ding. Das habe ich vorher nicht gesehen als Brücke. Ich gehe jetzt mal noch weiter hier rum. Du stehst immer noch da, ne. Mhm. Mhm. Ah, nicht absteigen, ganz böse Idee. Dann teleportier ich mich mal nach Hause. Ja, das ist echt ätzig, ne? Ja, ja. Ach ja, ich kann ja den Transpitter da benutzen zum Reisen. Ja. Ach ne, das Glowtail. Autsch. Ja, dann bleibt das Glowtail halt erst stehen, das ist nicht das Problem. Wir sind ja dann eh, hoffentlich danach wieder. Ach so, das Ding folgt mir natürlich nicht, weil da alles ausgeschaltet ist an den Kackfine. Ja, Moment. Aber du hast den Kackern in der Nähe, ne? Ne, gerade nicht. Sollte gehen? Ich hoffe da vorne mit den ganzen Tieren klappt es gut hier, dass die Kugeln alle weg sind. Ah, die kriege ich nicht, die kriege ich nicht, die kommen mir zu. Ah, hab ich nicht mehr. Ja, die Sicht ist hier drauf ein bisschen bescheiden, ja. Ja. Also mit den Barinox geht das echt super, ne? Ich muss hier ein bisschen die Werbetrommel für die Barinox hier. Das ist echt. Ich bin immer nur dafür zuständig, dass ich für die Schildkröten Werbung mache. Aber Cora, nicht verzagen, wir machen das nochmal. Ja, definitiv. Noch gehen wir eh nicht davon aus, dass wir es schaffen. Oh, was ist das denn? Ja, das ist so, ja. Da gehst du echt kaputt. Ich sollte auch Licht anmachen, das wäre sinnvoll. Oh, das könnte ich auch mal eben nachgucken. Ach ja. Wenn die Tentakel alle unten sind, ist natürlich logisch, dass die, die schießen können, auch auf den Boss schießen können. Ja, ja. Ah, Elektro. Mein Licht ist an und die Nebel ist kommen. Ich hab mir trotzdem gemacht, einfach nur Schaden. Ach so. Dankeschön. Ich hab noch Nebels. Ich hab noch Nebels. Ja, ich kam nur da jetzt gerade nicht durch, deshalb hab ich in die andere Richtung erstmal gegangen. Weil ich wollte nicht auch noch ins Elektro rennen, das muss nicht sein. Nope. Ja. Auch mit dem Dings auf Folgen ist auch nice, ne? Ja. Das ist echt du, ey. Auch wenn der alleine weniger Schaden macht. Aber er macht halt Schaden. Ich hab ja nie Schaden gemacht, weil ich nicht auf die kleinen Fichte geschossen hab. Wenn man nur auf die Bälle und auf die Tentakel zwischendurch halt war. Und jetzt kann man natürlich auch auf den Boss schießen, ne? Ja, das Nachlass ist echt ein Problem von den Visenbiefen, ne? Ja, das Kauen geht jetzt schon viel besser. Sehr schön. Ele, dein Sattel ist super. Äh, warum bin ich jetzt so langsam? Okay, Ausdauern. Komm ich, komm ich, komm ich, komm ich, komm ich. Habe ich schon, habe ich schon, danke, danke. Das ist Ele. Äh, Aua! Autsch. Scheiße. Ah. Creeper. Ja. Kommt mal zu mir, kommt mal zu mir, ihr Pisswilter. Ich weiß euch zur Not auch ohne, äh, Licht kaputt, das ist... Oha! Ob ich denn den nicht kommen sehe von der Scheiß-Gieber? Oh, ich, ähm... Boah, die ist jetzt mir aber zugegeben. Jetzt habe ich auch jemand angekriegt. So, jetzt geht's wieder rein. So, jetzt kann ich wieder kugeln. Äh, wo sind welche? Da. Komm hier hin. Dann... In diesem Teil? Ich kugeln oder so. Ja, genau. Oh man, wer drehe mich denn hier? Was ist denn dazu? Scheiße. Der liegt voll mit. Noch halte ich welche aus. Nein! Na, na, na. Den hätte ich abgeschossen und hätte meine Knarre nicht leer gewesen wäre. I'm so sorry. Wo ist mein Tier? Wo ist mein Leuchti? Wo ist mein Leuchti? Mein Leuchti? Jetzt seh mal Leuchti nicht mehr. Nein! Ne, mein Leuchter. Das ist mein Leuchter. Leuchtet doch. Weiß ich doch, habe ich noch. Ähm... Geht weiter. Es ist doof, dass man sich auf diesen... auf diesen Rock nicht weiter umdrehen kann, um nach hinten zu schießen. Ja. Den machen wir echt zum nächsten Mal, den... raus, ne? Ja. Oder mit Megalux. Ja. Mit Barinox, ne? Den riechtest du auch mit der Schrote hin, ne? Der steht mir jetzt im Weg. Ich nicht. Oh nein. Hedda ist schon. Hedda ist schon. Weißt du doch. Stelle. Ich war's ab. Gleich kommt auch noch raus, dass Hedda noch ein, äh... Nein. Geo-Fort im Inventar hatte. Nein, ich kann ein Foto machen. Ich kann ein Foto machen! Ich weiß diesmal tatsächlich nicht. Aber es ist echt gediegen, dass es immer die Cora erwischt, ey. Ja. Absolut ätzend. Aber kein Problem, Cora. Das machen wir ab jetzt täglich. Den Boss, der ist ja echt mal mit seinen Schrecken verlor, sozusagen. Nachladen. Wie auch immer wir es geschafft haben, da so zu failen, das... Ja, ist doch klar. Wenn der Leader 50 Schuss Munition mitnimmt für einen Schnellschuss, würde er ja so... Was? Ja, ja. Äh, 200 oder so hat er mitgehabt. Ja, ja. Ja, äh... Gerade für Stromgewehr. Ja. Und wenn du dann noch den Häuschen nachkommst... Ich hab, glaub ich hab zweimal gehört, ich muss nachladen. Und dann war er leer. Äh? Was macht der nur? Ja, tausend. Er wollte mir nur freies Schutzfeld auf die Kugel gehen. Mehr wollte er nicht. Kommt der nochmal wieder? Ja, dann ja. Oh. 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 Ja, der letzte Schuss von 6 Schuss, äh, macht nicht den Tagesschaden. Ah! Ah! Bläh! Igitt! Oh! Riefer! Ja, hier ist ein... Hier ist ein Riefer. Aber ich flüchte jetzt gleich einfach. Ich hab was gekaut. Jetzt kommen aber viele Kugel hier irgendwo. Ja, das kann ich nehmen. Rückwärts kann ich nicht gucken, oder? Ich bin ja schon sehr froh darum, dass er nicht in dieses Wecken fallen kann. Ja, ja. Das ist so. Gerade wenn du mit der scheiß Knarre kannst du ja in Kacke lenken mit rechts und links. Äh, 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 äh. Was ist denn jetzt schon wieder hier? Mann, weg hier mit dir. Äh? Ich bin hier am Kugeln machen und ich hier am... Ich bin auch überall voll. Das war ich vorher nicht. Das ist gut. Hele, wie geht's dir? Ja, ja. Kugeln, Tantakeln, alles gut. Hele, ich wohne mit Kugeln und Tantakeln. Ich brauche auch noch rein, Gubi. Oh, irgendwas kaut schon wieder an mir hier. Geh doch mal weg hier. Weck doch. Komm her, ich hab hier einen Megalo. So. Das nächste Mal nehme ich mir doch auch noch, äh, seltene Blumen mit für den Megalo. Boah, jetzt kaut schon wieder was an mir hier rum. Nie mehr. Ich kauf. Achso, du Schmatz. Ja. Was sollst du denn an Hedda kauen? Hedda ist so süß. Ich geh doch mal weg da hier. Schon wieder drei Stück an meinem Fuß hier. Weg da mal. Ich bin so süß, ich lehrt dir gleich mal. Boah, das ist scheiß fein für mich, ne? Boah, jetzt. Ich hab zwar Zucker, du sollst nicht an mir naschen. Hey, ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Das soll nicht am Tag ist scheiße hier. Ey, ich bin schon wieder grün. Du bist ja alle. Du bist ja. Böse Viecher. Boah, die fasseln irgendwie schon oben aus. Achso, da hat es gestaltet, also dann sind wir fast daneben an. Das war gut. Ja, ja. Deshalb hab ich ja vorhin gesagt, du stehst mir ein bisschen im Weg. Achso. Ich seh doch hier nicht. Ich steh fünf Meter daneben schon die ganze Zeit. Aber ehrlich, die ganze Zeit. Hab dir bestimmt schon 38 rote Kugeln vom Bier geschossen. Das ist total geil, ey. Ja, herrlich. Irgendwas kaut an mir, ist mir jetzt ja egal. Ich weiß auch, ob das liegt. Ah, die Brut kann ist gut, ne, die neue. Ich mag die. Ja, hab ich gut besorgt, wa? Ja, ich mag die. Alles großartig, ne? Ich hätte zwar eigentlich gar nicht mal so gerechnet, dass man die gestern noch schon fertig macht, aber... Ah, der Post ist glück down. Oh, da kommt ne Kugel und ich muss natürlich nachladen, ist doch klar. Ja, ist bei mir auch richtig. Die Kugel und denke, ja, ja. Aber die sind ja Gott sei Dank nicht so schnell. Das ist ja das Schöne, oder? Ich weiß noch, ob ich deine Kugel erwischt habe, aber ich hab eine erwischt. Ah, du bist schlatscht. Ach, ich hab schon wieder eine Kugel an der Backe. Sag mal. Wie kommt man den Bus fail, Alter? Ja, sag ich ja. Haben wir Kaut schon wieder was? Aber ich bin noch halbvoll, das reicht. Was kommt denn da? Keine Ahnung. Oh, das sind aber viele, ja? Auch da nix mehr. Na. Out. Das war's? Ich hab ihn da schon. Boah. Aber? Geil. Heilvoll. Ja, auch halbvoll. Nix verloren, da doch tausender. Das habe ich schon vorhin nicht gesehen. War das noch? Ne, das habe ich schon vorhin nicht gesehen. Ne, das habe ich auch nicht gesehen. Das ist noch eine Gänsehautmoment. Wo seid ihr denn? Ich bin ganz einsam. Kann man da hin? Meine Hose ist kaputt. Guck mal. Einer auch. Einer auch. Fotos. Fotos. Oh. Ja. Zehn neue Himmel. Ja, Leute. So macht man das. Tchaka. Hedda hat überlebt. Und Hedda muss erst in drei Minuten los. Eines wahnsinnig guten Satzes. Perfektes Timing für Hedda, ja. Na, genauso wie ich vorhin ein bisschen Karenzeit habe ich jetzt auch so ein kleines bisschen noch, um mich bei euch zu bedanken für die fantastische... Ach, geil. Aber ich bedanke mich auch, ne? Ohne eure Viecher, ohne eure Zucht wäre das ja nicht möglich. Ne. Und irgendwann, wenn ihr das Ganze mit Dodos macht, sagt ihr Bescheid. Ja, Dodos. Schafe. Schafe. Und dann, ja, alle auf Schafe rein. Dodotea. Foto. Mit Partypooper nächstes Mal. Ich glaube, auf Gamma war es so, dass es gar nicht gewechselt hat, das Bild am Ende. Ah. Ja. 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 Ja.